Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, hier sind wir wieder diesmal mit Lennart Jessen, Pressesprecher des Deutschen Squash-Verbandes und wollen über Squash reden. Hallo. Ja, hallo Patrick, moin moin aus dem hohen Norden. Squash. Also ich kenne Squash in zwei Varianten. Einmal zerdrücktes Obst und einmal in irgendeinem Käfig einen Ball hinterherchen und danach nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Das ist, glaube ich, der Squash, über den wir jetzt reden. Ja, also das Zweite auf jeden Fall eher. Die erste Bezeichnung kenne ich aber auch. Wenn man bei Google diese Suche betätigt, das kenne ich auf jeden Fall auch. Aber das Zweite ist natürlich das Thema des heutigen Gesprächs. Und ja, wir freuen uns, dass ihr auf uns aufmerksam geworden seid und dass wir diese geile Sportart euch näher bringen können. Ja, du sagst ja schon. Geile Sportart. Also ich kenne bei Squashern ist das bei mir ähnlich im Bekanntenkreis wie bei Golfern. Das ist geil. Da geht nichts drüber. Musst du machen. Wie du mitgekriegt hast, meine Begeisterung für beide siehlt sich in Grenzen. Es ist eine coole Sportart, aber viele Leute haben halt dieses Image im Kopf. Da laufen zwei Idioten durch irgendeinen Raum gegen Wände, ballern einen Flummi gegen die Wände und am Ende sind die total kaputt. Ja, das ist auf jeden Fall so der Fall, dass man sich super schnell ausbaut. Aber das ist, finde ich, auch gleichzeitig das Geile daran. Und vor allen Dingen, was auch sehr cool ist im Vergleich zu anderen Sportlern, du kannst es echt schnell erlernen. Vor allen Dingen kannst du es auch, wenn du gerade mal keinen Trainingspartner da hast, kannst du dich alleine reinstellen. Du kannst eigene Trainingsschläge machen. Man kann es leicht erlernen und sich halt, so wie du auch sagtest, in unheimlich kurzer Zeit auch sehr stark auspowern. Und ja, du brauchst auch kein Mega-Equipment, wie zum Beispiel beim Golf oder so. Du brauchst ganz normale, nicht färbende, ja, Sportschuhe. Und es ist also jetzt nicht sehr kostenintensiv. Ja, und wie mache ich das denn, wenn ich Squash spielen will? Ich meine, ich kann es auch theoretisch, sage ich, in der Garage im Zweifel machen. Könnte ein bisschen enger werden. Aber da suche ich mir irgendwo einen Club und gehe da einfach hin, oder? Ja, genau so ist das. Also wir haben ungefähr 300 Anlagen in Deutschland und auch Vereine. So ungefähr. Die Zahl ist natürlich immer so ein bisschen variabel. Und wir haben auch einen Spielortfinder auf der Seite vom Deutschen Squash-Verband. Da kann man sozusagen suchen, seinen Wohnort eingeben und dann wird einem der nächste, ja, die nächste Anlage, der nächste Verein angezeigt. Und da kann man sich dann natürlich informieren über Webseiten, Homepages, Kontakte aufnehmen. Und ja, also du brauchst natürlich immer irgendwie diese bekannten vier Wände. Die gibt es natürlich entweder aus Beton. Das ist immer, ja, die klassische Variante. Oder eben aus Glas. So wie ich dir vorhin auch schon in der Intro sagte, ist das natürlich geil. Weil diese Glass-Location international, so Pyramiden von Gizeh, das ist immer ein riesengroßes Weltranglisten-Turnier oder auch im Grand Central Station in New York, wo jeden Tag ungefähr 500.000 Menschen vorbeikommen. Das ist immer ein riesen Publikumsmagnet für unsere Sportart. Ja, und es ist wirklich spektakulär. Und was den Deutschen Squash-Verband angeht, findet ihr auch alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nun haben wir ein bisschen darüber gesprochen, als zwei Leute, die so ein bisschen wissen, was Squash ist. Oder du, mehr als ein bisschen. Also mit ein bisschen bin eigentlich ich gemeint. Was ist denn Squash genau? Außer, dass da einer bis zwei Leute in einer vierwendigen Halle gegen den Ball hauen. So viele haben, glaube ich, bis schon alle mitgekriegt. Aber was ist es denn wirklich? Also ich sage immer, es ist eigentlich so eine Art Schachspiel, aber physisches Schach. Und zwar bei dem du dich auch körperlich, nicht nur gedanklich, wie ja bei dem realen Schach oder dem, das was wir alle kennen, verausgabst. Also nicht nur im Kopf, sondern auch eben körperlich. Und zwar bewegen sich diese Spieler eben, ja, sehr elegant im Court. Und du bist ständig am Sprinten. Du hast natürlich auch Pausen dabei. Aber vor allen Dingen, was auch geil ist, oder das Coole an unserem Sport, also wir sind halt wie eine große Familie. Viele kennen sich, wenn du einmal in diesem Sport gefangen bist, kommst du eigentlich nicht wieder raus. Und oft wird es halt so von Familie zu Familie übertragen. Bei mir war es genauso. Meine Eltern haben beide 30 Jahre gespielt oder noch länger. Und wenn du einmal in dieser Community bist, dann wirst du auch dabei gehalten. So, wie geht denn jetzt so ein Spiel? Also du gehst mit Neuheim in den Käfig, sage ich mal, in diesen Raum. Ihr habt einen Ball und einen Schläger. Also ihr habt beide einen Schläger und einen Ball wahrscheinlich. Und dann macht einer einen Aufschlag. So, bis dahin hat es, glaube ich, jeder schon vorher verstanden und auch schon mal gesehen. Und dann? Genau. Ja, so ganz einfach gesagt, um überhaupt nicht das zu verkomplizieren, ist, du musst den Ball einfach so spielen, dass dein Gegner ihn nicht mehr erreicht. Und dabei darf er maximal einmal den Boden berühren. Also im Prinzip wie Tennis mit Wand. Genau, quasi so. Nur natürlich, macht natürlich viel mehr Spaß als Tennis. Und da steht hier auch noch eine Wand. Gibt es eigentlich viel Verletzungen, wenn da einer mit Semigas zumindest oder noch schlimmer gegen die Wand rast oder gegen so eine Tür oder so? Also natürlich wäre es immer wichtig, dass man sich vielleicht bei jemandem, der es ein bisschen informiert oder wie gesagt, im Verein so ein bisschen versucht wird, angeleitet zu werden. Aber generell kann ich dir sagen, dass die Verletzungsanfälligkeit in unserem Sport sehr gering ist. Ich selbst zum Beispiel spiele jetzt seit knapp 20 Jahren und war einmal eine Woche verletzt. Und ich habe auch teilweise ein bisschen höher gespielt bis zur zweiten Bundesliga mit vier, fünfmal Training die Woche. Aber intensivste Verletzungen hatte ich nie. Eine Woche, wie gesagt, war mal das Höchste. Und ich kenne auch viele andere Sportler bei uns. Natürlich auch durch meine Tätigkeit hier beim Deutschen Verband zum Beispiel. Unser deutsche Nummer eins, jetzt aktuell nicht mehr, weil er hat seine Karriere beendet. Simon Rösner war Nummer drei der Weltrangliste bei den Herren. Und der war auch so gut wie nie verletzt. Also der fiel nie aus. Und da gibt es auch noch viele andere Sportler. Also natürlich ist immer der ganze Mix. Also es ist nicht nur Squashtraining. Du weißt es von deiner Sportart, dass du natürlich auch ein Physio brauchst. Das gehört natürlich alles dazu. Ausgleichstraining, Krafttraining. Und wenn das ganze Paket stimmt, dann ist unser Sport insgesamt wirklich nicht verletzungsanfällig. Also auch wie bei anderen Sportarten. Es sieht heftiger aus, als es eigentlich ist. Ja, also es ist schon sehr intensiv. Also wenn du zum Beispiel mal eine Pulsuhr dabei hast in einem gewissen Trainingsbereich, wo es schon im Leistungssportbereich ist. Also da kann der Puls schon mal sehr, durch diese ständigen Sprints schon mal sehr hoch gehen. Also schon ein sehr intensiver Sport. Ja, aber das macht eben, finde ich, auch den Reiz aus. Zählweise ist, wenn du darauf noch anspielst, wie beim Tischtennis. Also wir zählen bis elf Punkte. Und ja, man muss zwei Punkte mehr haben als der Gegner am Ende eines Satzes. Das ist meistens drei Gewinnsätze. Genau. Und so ein Spiel dauert in der Regel so 30 bis 40 Minuten. Ja, das wäre auch tatsächlich eine der nächsten Fragen gewesen. Wie wird gezählt? Wie läuft das? Wann punkte ich? Wann ist der Gegner im Arsch sozusagen? Das hast du jetzt gerade erwähnt. Dann ist das ja wirklich ein Sport mit einer relativ niedrigen Eingangsschwelle, oder? Weil mit dem Schläger einen Ball treffen und dem gegen eine Wand hauen, das sollte, glaube ich, wirklich fast jeder hinkriegen und ein bisschen dem Ball hinterherlaufen auch. Das stimmt. Ich habe das auch tatsächlich mal mit so einem Soft-Tennis-Ball, als ich früher ganz klein war, auch schon mal im Garten gemacht. Also es gibt natürlich auch die verschiedensten Varianten, aber ja, das richtige Squash hast du natürlich mit dem kleinen schwarzen Gummiball und nicht mit irgendeinem Tennis-artigen Softball. Und bei den Bällen gibt es verschiedene Schwierigkeitsvarianten sozusagen. Also ich habe da, weiß nur, wir haben immer einen roten benutzt früher. Was ging? Der Gelbe war die Hölle. Danach hatte ich schon nach dem ersten Schlag schon keinen Bock mehr. Ja, das verstehe ich auch, weil der kommt nämlich nicht so weit von der Wand weg. Da gibt es halt unterschiedliche Absprung oder unterschiedliche Sprungverhalten. Und der mit dem, es gibt sogar noch zwei unterschiedliche bei den Gelben, einmal einen mit zwei Points und einen mit einem Punkt. Und ja, die sprechen, stehen halt für die Geschwindigkeiten und deren Absprungverhalten. Und sie haben sogar verschiedene Größen. Es gibt auch einen mit einem blauen, der ist komplett blau. Und der ist noch ein bisschen größer. Und der ist quasi wie so eine Art Flummi und der soll halt, der ist hauptsächlich für die Einsteiger, damit der Ball halt mehr von der Wand kommt. Weil die mit zwei Punkten, die kommen am wenigsten von der Wand und da musst du halt, die sind halt für Turnierspieler, da musst du dann schon relativ erfahren sein. Okay, und die Dinger werden ja unglaublich schnell. Sogar schon der rote wurde, also so ähnlich schnell wie mein Auto, mit dem ich da hingefahren bin. Aber ich habe was gelesen von so um die 200 Stundenkilometer, richtig? Ja, da bist du schon echt gut dabei. Es gibt tatsächlich so Geschwindigkeitsmaschinen, auch so Weltrekorde, die da immer versucht werden, noch verbessert zu werden. Und soweit ich es weiß, wurden die 300 noch nicht überschritten. Aber man ist, glaube ich, im 270 bis 280 Stundenkilometer Bereich. Also die 250er-Grenze auf der Autobahn würde man, also bei den schnellen Mercedes, die würde man sozusagen knapp reißen. Ja, ich meine, definitiv. Deswegen ist es zum Beispiel im Jugendbereich bei uns so, die sind alle verpflichtet, mit sogenannten Schutzbrillen zu spielen. Genau, weil, aber ja, das ist natürlich, kann mal passieren, aber bei mir jetzt in 15 Jahren hatte ich es einmal und das war dann nur so ein kleiner blauer Fleck auf der Wade, der aber noch eine Woche auch wieder weg war. Also so das Übliche, wenn man irgendwo einen Ball hinbekommt. Ganz genau, ja. Woher kommt Squash eigentlich? Habe ich mir schon gedacht, dass diese Frage auf jeden Fall kommt. Das ist auch eine ganz klassische. Die Sportart kommt ursprünglich aus England und zwar von, ich weiß nicht, von der Harrow School aus England, da haben Jung ursprünglich, ja, so eine Art Wandball gespielt und daraus hat sich dann über Jahrzehnte ist das Spiel dann nach, wie gesagt, auf den Kontinent Europa gekommen, übergetreten sozusagen nach Mitteleuropa und hat sich hier dann ausgebreitet und England ist auch bis heute noch eine sehr starke Squash-Nation, wobei mittlerweile Ägypten ganz vorne liegt. Also wenn du mal in die Weltrangliste schaust, von den ersten zehn, bei den Damen und Herren sind so zwischen sechs bis acht sind aus Ägypten. Also die sind ganz weit vorne, die ägyptischen Jungs, genau. Woher kommt das? Hat das was mit ehemals britischer Kolonie zu tun und deswegen früher in Squash eingestiegen oder haben die einfach alles richtig gemacht? Ja, da hat Squash einfach einen anderen Stellenwert als bei uns. Insgesamt sind wir ja leider immer noch nicht olympisch, auch wenn es unser Weltverband, wir versuchen es seit Jahren, aber da hat Squash einfach einen anderen Stellenwert, speziell bei denen, ja, in der Generation, da hast du Squash im Fernsehen, da kannst du das live sehen in öffentlichen Straßencafés, hat unsere deutsche Nummer eins mir öfters schon berichtet und ja, es ist einfach eine andere Lobby dort und so kann es dann dort natürlich auch finanziell unterstützt werden. Du hast dort bei Weitem nicht so viele Clubs wie bei uns in Deutschland. Wir haben ja den großen Nachteil in Deutschland, dass wir in kommerziellen Anlagen unseren Sport ausüben und sind damit abhängig nicht von eigenen Vereinsanlagen, das ist ganz selten der Fall, sondern eben von kommerziellen Sportanlagen, die auf Gewinn wirtschaften und nicht auf ein EV, den du ja hast als gemeinnütziger Zweck. Das ist natürlich was anderes. Ja, und warum das so ist, dass Squash immer noch nicht olympisch ist und die anderen Probleme neben den Courts und so weiter, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Hubi Scholz, das Boxidol des Wirtschaftswunders. Ein Sportler, in dessen Glanz sich die Promis sonden und ein Mann, der seine Frau erschoss. Im Vollrausch durch die geschlossene Tür des Gästeklos. Aber wie konnte es zu diesem Absturz kommen und warum wurde er vergleichsweise milde bestraft? Tatort Sport. Überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder heute mit Lennart Jessen, Pressesprecher des Deutschen Squash-Verbandes und reden über Squash. Gerade eben haben wir uns versucht, so ein bisschen da reinzufuchsen, was Squash ist und wie man das macht. Und wir wissen jetzt, dass Squash tatsächlich weit verbreitet ist. Aber in Deutschland oder allgemein so ein paar Problemchen, sage ich mal, wie ihr versucht seit gefühlt ewig und drei Tagen olympisch zu werden und es wird nichts. Und in Deutschland ist das so bewegungswellenförmig. Also wenn Squash gerade hip ist, gibt es überall an jeder Ecke ein Squash-Court. Wenn es nicht hip ist, musst du sie suchen, richtig? Ja, das ist eigentlich, also ich sage mal, dieses Wellenartige ist eher also nicht so, sondern also leider ist es halt so, wie du sagst, dass vor den 80ern, 90ern, da war Squash wirklich top, top in, also echt ein moderner Sport. Es ist auch heute noch, aber wie auch viele andere Sportarten auch, das möchte ich halt auch gerne betonen, oder was heißt gerne, aber es ist ja ein allgemeiner Trend mittlerweile im Vereinssport erkennbar, dass einfach die Vereine durch alle Sportarten hinweg Mitglieder verlieren und der Vereinssport irgendwie nicht mehr ganz so attraktiv ist oder früher einen anderen Stellenwert hatte als auch in der Gesellschaft. Ja, hat sich einfach verändert. Und diesen Trend, der macht natürlich auch für uns nicht Halt und wir versuchen natürlich mit verschiedensten Dingen, ja, uns damit auseinanderzusetzen und dagegen anzuarbeiten, sage ich mal. Dabei sollst du doch eigentlich Squash in den Schulsport bringen, dadurch, dass es ja auch Untervarianten bei uns Frosch gibt, wie American Handball, wo du noch nicht mal Schläger brauchst, sondern eigentlich nur den Ball, ja eigentlich für die Verbreitung prädestiniert sein. Ja, das ist auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall recht. Das Ding ist halt bei uns, es gibt halt viele, wie du auch sagtest, viele Hindernisse, mit denen wir natürlich umgehen, weil du kannst nicht einfach so diese vier Betonwände in die Sporthalle setzen. Das funktioniert halt nicht, sondern der Verein oder die Schulklasse, die muss erst mal die Schule verlassen, zu einem Sportcenter fahren, das manchmal vielleicht auch nicht gerade um die Ecke ist. Und du kannst halt nicht überall diesen Glaskort aufbauen. Das ist mit viel, vielen Kosten verbunden und das kannst du nicht einfach so in die Sporthalle setzen. Also das ist erst mal auch schon eine Hürde, eigentlich eine sehr große Hürde. Und warum man das schwierig in den Schulen integrieren kann, es geht halt nur darüber, dass es eben in den lokalen Verein, dass eine Schule dorthin fährt und dann natürlich ein Angebot auch vorhält. Du brauchst auch die Manpower und das ist natürlich Grundlage, dass überhaupt eine Schule irgendwo so ein Angebot vorfindet. Da gibt es aber einige oder viele positive Beispiele für. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sind mehrere Vereine, die sich auf diesem Wege engagieren, unter anderem in Duisburg und Paderborn. Und da wird intensiv Schulsport betrieben. Und warum schafft ihr es jetzt nicht zum, keine Ahnung, ich habe es vergessen zu zählen oder war zu faul zum zählen, nicht zu den Olympischen Spielen? Was ist da das Hindernis? Also es schaltet ja immer am Ende, sage ich mal, so beim Finale. Das stimmt. Ich würde einfach sagen, dass uns noch aktuell die Lobby fehlt, um es halt zu schaffen, diesen Sprung, dieses Votum im IOC, in der IOC-Exekutive, dieses Votum zu bekommen. Wir sind jetzt wieder auf der Shortlist für 2028. Und demnächst, das ist ja diese reduzierte Liste über Sportarten, die inkludiert werden können. Das waren wir aber auch schon, ich weiß auch nicht mehr, wie oft schon. Und es, also generell, um es einfach zu sagen, uns fehlt bisher die Lobby. Und wir haben natürlich viele Marketingmaßnahmen, mit denen wir da entgegenarbeiten. Es gibt unter anderem Werbevideos vom Weltverband, die Nationen. Es gibt einen World Squash, der jedes Jahr, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Und ganz, ganz wichtig ist auch unsere PSA World Tour, der professionelle Verband der internationalen Spitzenspieler. Du kannst mittlerweile von jedem Handy Squash am Handy gut verfolgen, mit einem weißen kleinen Ball. Meistens in einem blauen Fernsehcourt, in so einem vierseiten Glascourt. Das ist eine super gute Qualität, wird immer besser. Verschiedenste Kamerawinkel und Wiederholungen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, um Squash da weiter noch nach vorne zu bringen. Aber ja, wir versuchen das natürlich alle gemeinsam. Denn es geht nur gemeinsam. Aber entscheidender Schlüssel ist meines Erachtens nach die Lobby, die weiter aufgebaut werden muss. Ja, es ist tatsächlich, wenn man sich das so überlegt, die Weltrangliste ansieht und wer im Squash so gut ist. Ich meine, das halbe Commonwealth spielt Squash und spielt es gut. Heißt, so locker mal ein Viertel der Weltbevölkerung. spielt Squash. Und ihr kommt nicht an zum Beispiel Breakdance vorbei. Das stimmt. Und da waren wir auch ziemlich erschüttert darüber. Oder ja, also ja, das hat uns natürlich getroffen, ja. Wie viele Leute spielen denn in Deutschland so schätzungsweise aktiv Squash? Meinst du im Verein organisiert oder generell? Generell und dann im Verein organisiert. Also dann fange ich erst mal mit dem Verein an, weil ich ja für den Verband da bin und ich habe auch schon mal natürlich mal mich vorbereitet. Du kannst sagen, ungefähr 11.000 in Verein organisierte Spieler in ungefähr 300 Vereinen und 300 Anlagen zum Stand 21. Das sind die aktuellsten Zahlen. Und insgesamt ist aber, was wir feststellen, ist das nur so ungefähr 1%. 99% aller Squash-Spieler sind nicht organisiert. Und das ist für uns das, wo wir daran arbeiten, dass die zu uns kommen. Weil, ja, also wie gesagt, der ganz überwiegende Teil ist nicht im Verein organisiert. Auch wenn ich hier in meinem Center um die Ecke spiele, wir haben hier einen Verein ansässig, aber der ganz große Teil spielt halt so, Betriebssport, einfach mit Freunden und ist bisher noch nicht im Verein. Und das ist halt für uns ein ganz, ganz großes Becken, in dem wir fischen wollen und die Leute zu uns bewegen wollen. Und um eine Zahl zu nennen, also man schätzt so ungefähr 1 bis 2 Millionen Spieler, die nicht organisiert sind, genau, also im Freizeit-Breitensportbereich tätig sind. Es ist doch tatsächlich faszinierend, dass ihr im Prinzip ja ähnlich organisiert seid wie Tennis, sag ich mal, oder Badminton. Gefühlt haben die aber mehr Vereinsspieler als Squash. Irgendwas ist da schiefgelaufen, glaube ich. Ja, ungefähr Faktor 20 im Badminton-Bereich. Aber es soll keine Ausrede sein, aber ganz ehrlich, wenn man halt guckt, so im Badminton-Bereich, da kannst du leicht in jeder Schulsporthalle, da hast du deinen Platz, das ist sogar schon vorgefertigt, mit den Linien auf dem Boden. So, da brauchst du nur das Netz und bei uns brauchst du erstmal diesen Betoncord. Es gibt auch so Mittel und Wege, hast du bestimmt auch schon gesehen, das ist eine ganz coole Geschichte, so Aircords, also aufblasbare Geschichten, die kannst du natürlich leicht transportieren, aber es ist natürlich in keinster Weise das Squash-Feeling, was du in einem Cord hast. Es ist natürlich eine gute, super Hilfe, aber mit dem Originalsport, es führt Leute dahin, es macht sie auch aufmerksam, aber ist natürlich eine andere Baustelle oder ich sag mal, wir haben damit schon zu kämpfen. Im Tennis, da hast du auch, zwar nicht in der Schule, aber oft in der unmittelbaren Umgebung zu einer Schule irgendwie Tennis-Club. Und das, gut, ja, das vielleicht zu dem Punkt. Wie, 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 habt ihr denn mal analysiert oder geguckt, wie das passieren konnte, dass in den 80er, 90ern gefühlt jeder Squash gespielt hat oder konnte und jetzt gefühlt wesentlich weniger als damals sich dafür auch nur interessiert. Ja, also es, auch meine Eltern, es war einfach so eine Generation, die hatten Bock, einfach so einen Trendsport auszuüben und das haben sie auch gerne gemacht und auch länger und, ähm, aber sag ich auch ehrlich und es ist auch kein Geheimnis, man hat es dann versäumt, ähm, so im Jahre um die 2000, ähm, nachhaltig Jugendarbeit zu betreiben. So, und das ist jetzt die Generation, die fehlt. Und, ähm, ja, das ist, ähm, halt nie so richtig nachhaltig, intensivst betrieben worden. Ähm, es gab früher viele Trainer in den Anlagen, aber die sind auch internationale, die sind aber irgendwann weggefallen und dadurch ist halt dieser Unterbau weg, an dem wir natürlich jetzt arbeiten. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel unseren ehemaligen Weltranglisten Dritten, der ist jetzt Bundestrainer Nachwuchs geworden, Simon Rösner, ähm, war Nummer 3 der Weltrangliste, der erfolgreichste Deutsche aller Zeiten, elfmal deutscher Meister. Und, äh, der, der versucht jetzt in Würzburg, ähm, ja, im Spitzenbereich, im Nachwuchsbereich, ähm, dort wieder, äh, einen besseren Unterbau zu schaffen. Und natürlich nicht nur dort, in allen Vereinen und Verbänden, äh, mit denen er dann zusammenarbeitet, in Deutschland natürlich. Im Prinzip habt ihr das Schicksal, was irgendwie prinzipiell jeder Frenzsport hatte oder hat. Irgendwann sind die Leute zu alt, haben keinen Bock mehr, auf jeden Fall nicht mehr am Ball sozusagen, spielen, betreiben ihn nicht mehr. Und dann gibt's diese Lücke, die man nicht geschlossen hat, während diese Leute gearbeitet haben. Aber, ihr habt es überlebt, euch gibt's noch, ihr wollt zu Olympia. Jetzt ist die Frage, wenn jemand der jetzigen Generation, die nächste Lücke füllen soll, sag ich mal, oder einer unserer Zuhörer und den Aufbau dieser Lücke betreibt, äh, Squash spielen möchte, wie, wie kann er das denn machen, außer sich in so eine Halle begeben? Ja, also eine Halle brauchst du, also da führt kein Licht dran vorbei. Wenn man, die erste Frage ist ja, die man wissen will, wo kann ich das? Und, äh, damit man das rausfindet, haben wir vom Deutschen Verband einen Spieloutfinder, ich glaube, ich hatte das auch schon eingangs irgendwann zwischendurch mal gesagt, da kannst du direkt auf unserer Verbandsseite, so eine Art Google Map, äh, äh, da kannst du eingeben, wo du gerade wohnst und dann wird dir, werden dir die nächsten fünf Vereine angezeichnet, mit einer Adresse, mit einer Website und, äh, das ist, glaube ich, sag ich mal, für jeden Amateursportler, oder der noch nie davon gehört hat, und gar nicht weiß, wo auch vielleicht die nächste Anlage ist, der da suchen kann und das wäre, glaube ich, die erste Einstiegspforte, um zu wissen, hey, wo ist denn der nächste Platz? Und wie ist der, die, die Hürde so ungefähr, also Golfschläger, äh, wissen wir ja ungefähr, wie viel die kosten, ich glaube, das ist zwar niedrig, aber im Squash, aber, äh, so ein Squash-Schläger kostet auch keine fünf Euro, oder? Ne, das stimmt schon, äh, da gibt es natürlich auch wieder von bis, eine ganz breite Palette, aber wenn du anfängst, dann brauchst du keinen Schläger für 150 Euro, da, äh, da gibt es auch, ähm, im Sportartikelhersteller, äh, um die Ecke, ähm, ausreichendes Equipment, damit du, die ein gutes Match mit einem Arbeitskollegen, Schulkollegen, äh, guter Freund, Freundin liefern kannst, und außerdem hast du auch oft in den Anlagen, ähm, ja, Leihschläger, die zur Verfügung gestellt werden, für wirklich wenig Geld. Also Leute, genauso wie bei allen anderen Sportarten, die wir hier hatten, macht das einfach, geht hin, Leihschläger, erholt euch einen Gebrauchten oder einen Günstigen für den Anfang und probiert es einfach aus mit irgendeinem Freund, einem Kumpel, Sohn, Mann, Tochter, irgendwie was. Geht hin, probiert es aus und, ja, äh, werdet ihr ja die nächste Generation. Ähm, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, hast du noch etwas, was du, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Thema Squash? Außer, dass es geil ist. Also ich sag mal, jeder, der das noch nicht gemacht hat, ähm, sollte es einmal testen, damit man weiß, ähm, ähm, ja, was es ist, sag ich mal, und, äh, dass man zumindest mitreden kann, und, ähm, wenn man, ja, und, ja, also ich bin halt total schon begeistert und gefangen von diesem Virus und komme da auch nicht mehr von weg. Ähm, das Coole ist auch diese Community, die wir haben, vielleicht auch für den einen oder anderen attraktiv, ähm, sich zu engagieren für den Sport. Ich mache das jetzt mittlerweile seit 10, 15 Jahren in verschiedensten Funktionen. Ähm, ich mag gerne mitgestalten, das kann man, ähm, bei uns auch sehr gut und, ähm, 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 ja, man kann sich einfach gut auspowern, man trifft viele Leute, ähm, ja, und das ist eine coole Geschichte, denke ich. Ja, Leute, also es ist auch tatsächlich, sprecht da aus Erfahrung, billiger und besser als Fitnessstudio. Zweimal die Woche Swash ersetzt, glaube ich, locker ein tägliches Fitnessstudio. Ja, da kann ich vielleicht auch noch eine Studie anführen, die ist allerdings schon ein bisschen älter, die, ähm, hat Swash mal zu den gesündesten Sportarten gezählt, zu den 10 gesündesten, vom Forbes Magazin, vielleicht auch bekannt, ähm, man denkt es zwar nicht durch diese abrupten Bewegungen, aber diese Böden, die wir haben, die haben so 10 bis 15 Zentimeter Unterbau, Schwingboten, und, äh, das federt eben sehr gut die Bewegung ab, und, ähm, also es ist nicht, äh, viele denken immer super ungesund, nein, das stimmt überhaupt nicht, also Leute, geht in die Chords, fragt den Freund um die Ecke, ähm, da gibt es viele, viele coole Angebote, ähm, wo man dann entsprechend aktiv werden kann. Und ansonsten, wie gesagt, die Spieloutfinder suchen, den wir auf der Verbandseite haben, da könnt ihr auschecken, wo der nächste Verein ist, die nächste Anlage, und dann kann man sich ein hitziges, cooles Match liefern. auch ideal, wenn man, äh, wenn man einen langen Arbeitstag hatte, in 45 Minuten habt ihr ein geiles Workout, äh, das habt ihr nicht, wenn ihr zum Fitness geht, da müsst ihr ja in der Regel ein bisschen länger sein, oder ein Fußballspiel dauert auch länger, also nach 30 bis 45 Minuten, da seid ihr platt, äh, und habt ein cooles Workout gehabt, und ihr wisst, was ihr getan habt, und das habt ihr halt nur bei uns. Ja, das ist richtig, und wenn ihr so seid wie ich, habt ihr vielleicht auch nur eine Viertelstunde Spaß gehabt, und seid danach fertig, aber es ist der gleiche Effekt. Ähm, es hat mir echt Spaß gemacht, dass du mir auch, ja quasi, eine Sportart, zu der ich in meiner Jugend quasi gezwungen wurde, von meinem Vater, und eigentlich schon mehr Spaß hatte, als nicht Spaß, äh, wieder näher gebracht hast, und ich glaube, ich schnappe jetzt mir echt mal einen Freund, und versuche, den zum Squash-Spielen zu überreden, ich habe auch noch irgendwo einen Squash-Schläger, dank dir, das war sehr aufschlussreich. Ja, Patrick, gerne, ähm, hat uns, oder mich auch sehr gefreut, und wir hoffen natürlich, ähm, dass der ein oder andere, ähm, dass wir den im Squash-Scout dann wiedersehen, vielleicht auch, auch, vielleicht auch auf dem einen oder anderen Turnier. Dann, äh, bis zum nächsten Mal, und vielleicht spielen wir auch mal irgendwann Squash, wenn ich bei dir oben im Norden bin. Tschüss. Alles klar, dann melde dich einfach, und dann verabreden wir uns. Ja, bis dann, ciao. Ciao. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies, und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den aktiven Selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.